Er hat mir den Namen gegeben und das ist nun durch die, was weiß ich, Jahre mitgegangen. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat, aber ich sage mal, auch zur Ehre, auch Roland Dugge war für mich ein exzellenter Fußballer, gut, dass ich mit ihm zusammenspielen durfte und auch mit seinem Bruder, mit Peter, der heute, wie ich gehört habe, noch kommen soll. Entschuldigt bitte, kommen soll, muss ich dazu sagen. Das waren für mich zwei exzellente Fußballer, genau alle, die hier sitzen. Ich bin nun aus einer anderen Generation wieder mit dem Ehrich zusammen und der Jürgen, das sind im Baujahr, sage ich jetzt mal, 46, sind, wenn ich hier durch die Reihe gehe, alles für mich exzellente Fußballer, die hätten auch irgendwo anders spielen können, wenn damals die sogenannte Mauer nicht gewesen wäre. Und dazu stehe ich auch und ich sage mal, das war so und wir mussten es nicht verstecken. Wir haben dort einen richtig guten Fußball und eine richtig gute WM gespielt, aus meiner Sicht.